In jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung, ob sie will oder nicht. Heterosexuelle Frauen dürfen sich das immer noch mehr gönnen, diese Gefühle zu haben, sich nach diesem alleine zu erblühen Momenten zu sehnen. Und ich glaube, wenn Frauen es gelänge, auch wenn sie jetzt in einer Beziehung gerade sind, ein bisschen mehr das eigene auch zu schätzen, damit man dann, wenn man sich zusammentut oder wenn eine Beziehung sich entwickelt oder wenn ich mich wieder mit jemandem zusammentue, was ich am Anfang sagte, ich wäre eine andere, glaube ich, das wäre vollkommen freiwillig und als komplette Person und nicht diese Entsprechung suchen, erst durch dich bin ich ganz, sondern ich glaube persönlich daran, auf Augenhöhe sozusagen, wie man das heute immer so sagt, geht es nur, wenn zwei Menschen auch autonom für sich, mit sich quasi im Reinen sind und sich auf einer Basis von Freiwilligkeit und nicht von brauchen müssen zusammentun.